Es freut mich, dass wir unser Studium über den geringsten von Ihnen weiterführen können. Das Studium, das wir begonnen haben, das Leid und die Not zu verstehen und gleichzeitig die Gerechtigkeit. Worin liegt sie? Bei all dem Leid, was wir täglich sehen müssen und täglich mit auch behaftet sind. Der heutige Subtitel ist den Schöpfer anbeten. Was hat das mit Leid zu tun? Wir erinnern uns, dass alle Probleme, die der Mensch hat, dadurch kommen, dass er glaubt, er ist jemand, der er nicht ist. Und dadurch zerstört er all das, was um ihn herum ist. Zunächst seinen Körper, dann seine Umwelt, dann versucht er seinen Nächsten. Das heißt, das Zerstörungspotenzial, dadurch, dass ein Mensch etwas für sich selbst nutzt, ist nicht berechenbar. Und das Resultat, das wir heute sehen, ist erschreckend, aber auch gleichzeitig klarweisend, dass es nach dem Gesetz, nach der Art und Weise, wie Gott alles geschaffen hat, es nichts geben kann, was auf Dauer existiert, was für sich selbst etwas tut, was Mittel nutzt für sich selbst. Wir haben gesehen, dass das Ganze begann dadurch, dass jemand sein wollte, der er nicht sein kann. Und dass die Selbsttäuschung, dass man eine Lüge über sich selbst glaubt, die nicht existiert, dass die dazu führt, dass man das Gesetz bricht. Die Gesetzesbrechung ist die Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit ist der Grund allen Leides, allen Elends, all dessen, was wir hier auf dieser Erde haben. So wollen wir und beschäftigen uns schon seit einigen Malen mit dieser Frage, wodurch kann die Ungerechtigkeit entfernt werden? Dafür müssen wir natürlich erst mal die Frage stellen, was ist Anbetung oder was ist Ungerechtigkeit? Und wenn wir uns erinnern, dass wir einen Geist haben und ein Geist funktioniert durch Liebe und er muss vertrauen. Und wenn Vertrauen das ist, was uns zu Gott bindet, dann ist Vertrauen Anbetung. So, wir haben gesehen, dass das Gesetz das Vertrauen steuert. Wir haben gesehen, es steuert das Nehmen. So ist Anbetung nichts anderes als Gottvertrauen. Daraus kommen alle unsere Aktionen. Alles, was wir tun, ist nichts anderes als das Resultat, wem wir vertrauen. Und würden wir nach dem Gesetz Gottes leben, das die Quelle bestimmt des Vertrauens und das Mittel, das wir brauchen, um es umzusetzen in unseren Gedanken und Taten, dann wären wir alle in der gleichen Weise ohne Leid, ohne Elend, ohne nichts. So erinnern wir uns noch einmal an die Definitionen von letztes Mal. Der Mensch ist durchs Gesetz ein abhängiges Wesen. Und der Geist muss, wenn er weiß, dass er ein Geschöpf ist, dann vertraut er automatisch seinem Schöpfer. Und das ist Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist gleichzeitig Anbetung, weil es ist die Erfüllung des Gesetzes, ist Anbetung. Und Gerechtigkeit ist natürlich genau dasselbe. Wenn ich aber ein Gott bin, dann muss ich vertrauen Menschen und Luzifer und Tieren. Das ist Ungerechtigkeit oder falsche Anbetung. Ihr seht, die Bibel hat so viele unterschiedliche Begriffe für ein und dieselbe Sache. Vertrauen ist Erfüllung des Gesetzes. Gerechtigkeit ist die Erfüllung des Gesetzes. Anbetung ist die Erfüllung des Gesetzes. Es geht also um eine einzige Sache, wem ich vertraue. Und Sünde ist jemand anderem zu vertrauen und nicht Gott. Das ist die Definition der Sünde. Das ist das Einzige, wo wir das Gesetz brechen können. Alles andere ist Folge. Wir sehen das nochmal hier an dieser hoffentlich bekannten Skizze. Der Mensch braucht Liebe. Er muss sie aus einer Quelle des Vertrauens nehmen. Und die ist vom Gesetz vorgegeben. Und das ist wahre Anbetung. Das ist Anbetung und das ist Gerechtigkeit. Alles, was daraus folgt, sind nur Folgen der Gerechtigkeit und Folgen der Anbetung. Weil dann sind alle Dinge frei. Als Christus hier auf Erden gelebt hat, hat er genau nach diesem Modell gelebt. Er hat seinen Vater angebetet. Er hat von seinem Vater alles genommen. Und was aus ihm herauskam, war das, was des Vaters war. Deshalb konnte er sagen, ich und der Vater sind eins. Seine Identität war die eines Geschöpfes. Und damit war der Vater sein Auszeigebild. Der Vater war sein Charakter. Weil man findet seine Identität immer in seinem Schöpfer. Man kann sie nirgendwo anders finden. Die Identität des Geschöpfes ist in seinem Schöpfer. Und das, was man dann offensichtlich sieht, ist nur ein Ergebnis von dem, wo man im Geist gebunden ist. Ist man natürlich ein Gott, dann bräuchte man nicht anzubeten. Aber da man ja nicht nicht vertrauen kann, muss der Geist des Menschen jemandem vertrauen. Und so bindet er sich in eine nicht gesetzliche Bindung. Was wir gesehen haben, ist Sünde. Das ist die falsche Anbetung. Jedem, dem wir vertrauen, den beten wir an. Und wenn es die falsche Person ist, dann ist es Ungerechtigkeit. Und dadurch entsteht alles Leid. Das Leid ist die Folge dessen, dass der Mensch die falsche Person anbetet, der falschen Person vertraut und damit Ungerechtigkeit tut, damit etwas für sich selbst benutzt. Und so sind alle seine Taten unfrei und falsch. So, wie kann man das Problem lösen? Wie kann Gerechtigkeit wieder stattfinden, wenn wir alle so geboren sind? Wenn wir alle auf diese, also ins Leben kommen sozusagen. Wenn wir alle mit dieser Blindheit uns bewusst werden, wie sollen wir das lösen? Weil wenn man nicht das löst, was die Quelle ist, dann ist es egal, ob man aus dieser Idee, ich bin Gott, meint, man könnte Gott anbeten. Und das ist nicht möglich. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die können nie funktionieren. Aus dieser Sache kann ich nie Gott nicht anbeten. Aus dieser Sache kann ich nie Gott anbeten. So, Adam und Eva und jedes geschaffene Geist hätte nie aus der Idee, ich bin ein Geschöpf, Gott verlassen können, ihm nicht mehr zu vertrauen. Sie mussten auf die Idee kommen, sie könnten Götter sein, sie könnten aus sich selbst existieren, sie hätten Dinge, die sie für sich selbst nutzen. So, es gibt nur diese zwei Wege. Es gibt nichts anderes. Entweder bin ich ein Geschöpf, dann ist Anbetung das Allernatürlichste, das Allerautomatischste. Oder ich bin ein Gott, dann denke ich, ich brauche niemandem zu vertrauen und dann handle ich und bete alle anderen an. So, die einzige Lösung, die es gibt, ist, und das ist unser Heiland, der gekommen ist, um den ersten Menschen die Lüge über uns selbst auf sich zu nehmen. Wir werden das in den nächsten Stunden noch vertiefen, dass wir das ganz klar in unserem Verstand haben. Es muss die Lüge über uns selbst zerstört werden, damit die Wahrheit, die neue Identität, das, was wirklich wir sind, wieder eingesetzt werden, dass wir eine klare, neue Identität haben. Wir sind ein Geschöpf Gottes. Wir haben uns in den letzten Stunden mit der Frage der Gerechtigkeit befasst. Wir wollten verstehen, was ist Gerechtigkeit, was ist Ungerechtigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie kann das Rechtssystem Gottes diese Sache schaffen, dass ein Mensch, der ungerecht gehandelt hat, der in der falschen Anbetung gelebt hat, wie kann der vor dem Gesetz gerecht werden, wie kann man aus dem Ungerechten handeln, wie kann man aus der Unweisen oder dem Betrug, wie kann man zur Wahrheit kommen. So müssen wir zunächst verstehen, wie Rechtsprechung nur möglich ist. Ich habe hier Gottes Gerechtigkeit genommen als ein Bild, aber auch die menschliche Rechtsprechung ist nicht anders als die göttliche. So, wenn jemand verklagt wird für eine Sache, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Er hat die Tat getan oder er hat die Tat nicht getan. Man kann jemanden deshalb nur verurteilen oder Rechts sprechen. Aber was ist Voraussetzung, dass man jemanden verurteilt? Und das bin jetzt ich. Die Voraussetzung, dass mich Gottes Gerechtigkeit verurteilt, ist, dass ich eine Ungerechtigkeit tue, dass ich ein Wesen trage, das nicht stimmt, dass ich im Selbstbetrug lebe und dadurch nicht Gott anbeten kann, dadurch bin ich ungerecht, dadurch sind meine Haltung ist ungerecht. Gottes Gerechtigkeit kann dafür nur ein Verzehrendfeuer sein. So kann ich vor Gott nicht treten. Würden wir nämlich so vor Gott treten, wären wir in einer Millisekunde nicht mehr existent. Gottes Gerechtigkeit kann und wird nie das Unrecht tolerieren. Wir haben in dem Zehn Geboten Dinge, die Gott schreibt, die wir manchmal gar nicht so richtig erkennen, was sie sagen wollen. Deshalb möchte ich das kurz lesen. Ab Vers 4 im 2. Buch Mose 20. Du sollst dir kein Bildnis noch jenen Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel noch, das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unten auf der Erde ist. Bete sie nicht an. Ihr seht, nichts soll unser Vertrauen haben und diene ihnen nicht. Anbetung und Dienen ist identisch. Wir werden das noch sehen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter missetat, an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich liebhaben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. So, was wollte ich hervorheben in diesen Texten? Einmal, dass es keine Alternative gibt zur Anbetung Gottes. Und zweitens, dass Gott nicht denjenigen, der seinen Namen missbraucht und Namen missbraucht ist, die falsche Identität zu haben, Gott nicht, also nicht von Gott zu leben. Wenn das ist, seinen Namen missbraucht, er sagt, er kann, wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das heißt, Gott muss richten. Er hat keine Wahl nicht zu richten. Das heißt, er muss Gerechtigkeit schaffen. Und es ist im Wesen der Gerechtigkeit, dass das Übel, dass die Wurzel dessen, was Leid macht, vernichtet wird. Es ist notwendig, damit das Leid aufhört, muss Gerechtigkeit wieder eingesetzt werden. Anders geht es nicht. Und Gott muss eingreifen. Er muss sagen, ich werde den nicht ungestraft lassen, der meinen Namen missbraucht. Und an anderer Stelle, als Gott sich dem Mose zeigt und Mose sagt, zeige mir dein Wesen. Und Gott geht an ihm vorüber und sagt, ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott. Und nachdem er all das gesagt hat, sagt er, ich werde aber den Schuldigen nicht unschuldig sprechen. Das heißt, der, der schuldig ist, der, der eine Ungerechtigkeit getan hat, der kann nicht von Gott rechtfertigt werden. Es gibt nur eine Möglichkeit der Rechtfertigung vor dem Gesetz und vor der Gerechtigkeit Gottes. Ich muss ein Geschöpf Gottes sein. Dadurch brauche ich eine Gerechtigkeit. Das heißt, ich muss die Gerechtigkeit Gottes umsetzen. Das ist meine Gerechtigkeit. Das heißt, ich nutze alle Mittel Gottes nicht für mich, sondern zu dem Zweck, zu dem ich geschaffen worden bin. Und für mich, wenn ich das tue, ist natürlich Gott eine lebensspendende Quelle, die Gerechtigkeit Gottes. Und nur so kann ich bei Gott leben und vor Gott treten. Nirgendwie anders. So, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wir werden vor Gott entweder kommen als gerechte Wesen und er kann uns gerecht sprechen, in dem er sagt, ich finde nichts an euch, findet er etwas. Und es ist nur ein einziges Misstrauen, so wie das, wir könnten sagen, das kleine Misstrauen des Adam und Eva. Musste dieses große Misstrauen, diese falsche Anbetung so viel Leid hervorheben, dass wir erkennen, was ein bisschen Misstrauen bedeutet. Es gibt nur volles Misstrauen, es gibt nur völlige Anbetung, es gibt nur völlige Ehrung des Namen Gottes oder es gibt nur völligen Missbrauch. Ein bisschen Nichtvertrauen, ein bisschen Falschanbetung ist komplette Falschanbetung. So, wenn jemand vor einem weltlichen Gericht steht, gibt es entweder, er hat die Tat getan und muss dafür gerade stehen und bekommt die Konsequenz. Entweder, er hat die Tat nicht getan und dann hat er auch die Konsequenz, er wird freigesprochen. So, wir können von Gott nur freigesprochen werden, wenn wir ein heiliges Leben geführt haben. Und was erfordert dieses heilige Leben? Schauen wir uns doch mal das Prinzip der Rechtsprechung an. Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, das ist nichts anderes als Erfüllung des Gesetzes, das ist die wahre Anbetung, das wahre Vertrauen. Und hier wird jetzt mein Leben auf die Waage gestellt. Was muss auf die Waage getan werden? Um vor dem Gericht zu bestehen, brauche ich ein gerechtes Leben. Ein Leben, welches nie Gott misstraut hat. Ich brauche ein Leben, welches nie falsche Anbetung praktiziert hat. Ich brauche ein Leben, welches nie eine lieblose Tat getan hat. Nur so kann ich von Gott gerecht gesprochen werden. Es ist die Frage, kann ich das bieten? Wie soll das möglich sein? Wie soll es möglich sein, dass das je mein Leben sein soll? Ich bin ja geboren mit dieser falschen Natur. Ich habe viele Ungerechtigkeit getan und leider tue ich es noch. Ich habe oft Gott misstraut oder meistens und leider tue ich es auch heute noch. Ich bete dadurch automatisch meine Frau, meine Nächsten an, die Umstände, die Menschen um mich herum. Somit habe ich viele falsche Entscheidungen getroffen und habe viele Taten getan, die lieblos waren, das heißt, die ich nicht aus Gott heraus getan habe. So viel soll ich nun gerecht werden? Schauen wir uns Zacharia 3, 1-7 an. Dort wird dem Propheten Zacharia ein Bild gezeigt. Und er sieht dieses Bild. Wir lesen im Vers 1, und mir ward gezeigt, der hohe Priester Joshua stehend vor dem Engel des Herrn und der Satan stand zu seiner Rechten, dass er ihm widerstünde. So der Engel des Herrn ist Christus und wir sehen eine Gerichtsszene. Und der Herr sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist? Von welchem Feuer? Wir haben gesehen, das heißt, er ist errettet worden vor dem Feuer der Zerstörung der Gerechtigkeit Gottes. Weil Gott ist ein verzehrend Feuer für jegliche Ungerechtigkeit. Und Joshua hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, welche Antwort und sprach zu denen, die vor ihm stunden, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. So, wir wissen, dass Adam und Eva, die erste äußerliche Folge ihres falschen Anbetung, ihres Nehmen, ihres Vertrauen auf ein Geschöpf, war der Verlust des Kleides. Sie waren nackt. Und hier ist jetzt der Joshua nicht nackt, aber er hat schmutzige Kleider. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das Kleid stellt Gerechtigkeit dar. Und man kann mit schmutzigen Kleidern nicht vor Gott treten. Deshalb ist Satan dort und sagt, der Joshua ist mein. Nein, er verdient, mit dem Feuer verbrannt zu werden. Und Jesus sagt, er ist ein Brandscheit, das vor dem Feuer errettet wurde. Wie? Indem es reine Kleider bekommen hat. Die Ungerechtigkeit wurde ihm weggenommen und er hat reine Kleider bekommen. Und er sprach, setzt einen reinen Hut auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Hut auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand da. Und der Engel des Herrn bezeugte Joshua und sprach. So spricht der Herr Zebot. Wirst du in meinen Wegen wandeln und meines Dienstes warten. So sollst du regieren mein Haus und meine Höfe bewahren. Und ich will dir geben von diesen, die hier stehen, dass sie dich geleiten sollen. So wie können wir das jetzt verstehen und auf uns anwenden? Und ich versuche das immer auf mich persönlich anzuwenden. Ich lese die Bibel persönlich. So hier ist Jesus, er hat ein gerechtes Leben geführt. Er hat ein gerechtes Kleid. Hier stehe ich. Ich habe ein ungerechtes Leben geführt in der falschen Anbetung, weil ich keine Wahl hatte durch meine falsche Natur. Das Kreuz steht zwischen uns. Und es ist der Austausch des Lebens am Kreuz nur möglich. Und am 7. Juni 2003, als ich zum Kreuz kam, bekam ich anstelle meines ungerechten Lebens das gerechte Leben Christi. Alle meine schmutzigen Kleider oder das ganze Kleid war weggenommen. Und ich bekam ein gerechtes Kleid, ein reines Kleid. Und Christus übernahm mein ungerechtes Leben. Damit er es dann verwaltet und richtet. Bin ich jetzt gerecht? War Joshua dann fertig? Dieser Brandscheit, der vor dem Feuer gerettet wurde? Am 7. Juni 2003 wurde ich neu geboren. Das heißt, Christus kam in mein Leben durch den Heiligen Geist. Aber gerecht war ich nur, was die Vergangenheit anbelangt. Es muss jetzt, so wie bei Joshua, nachdem er die reinen Kleider hat, sagt Gott nicht zu ihm. Oder der Engel des Herrn, des Christus, sagt nicht zu ihm, Joshua, jetzt ist alles vorbei. Nein, Joshua sollte Jerusalem aufbauen. Sie sollten den Tempel bauen. Sie waren da, aber sie konnten das nicht tun mit einem schmutzigen Kleid. Mit einer Vergangenheit, die behaftet ist, wo noch die alte Natur drinsteckt. Es musste eine neue Natur kommen. Und das war Joshua und seine Mitarbeiter wurden quasi neu geboren. Und sie bekamen die Geburt von oben. Und sie mussten, und das ist auch für mich so seit 2003, sein Leben, Jesu Leben, muss jetzt in der Realität zu meinem Leben werden. Sonst ist der Austausch im Gerecht nicht mehr tragfähig. Als der Mann, dem alles vergeben wurde, im Gleichnis von Matthäus 18, nicht Barmherzigkeit zeigt gegenüber demjenigen, der ihm seine Schuld nicht zahlen konnte, der nicht vergeben hatte, weil er nicht verstanden hatte, dass auch das, was dieser ihm schuldet, ja, er auch von seinem Herrn genommen hatte. Er hätte verstehen müssen, das, was ich meinem Herrn schuldete, war ja inbegriffen, das, was dieser mir schuldet, weil ich habe ja nichts Eigenes. Aber er warf ihn ins Gefängnis. Und als der Richter das hörte, da hat er ihm die Schuld wieder auf den Kopf getan. Deshalb müssen wir verstehen, die Neugeburt ist noch keine Garantie. Die Bibel beschreibt, Apostel Paulus beschreibt, dass die Israeliten, als sie auszogen aus Ägypten, sind sie durchs Meer gegangen, das Rote Meer, das war, sie wurden getauft. Aber wie viele kamen an? Und der Grund, warum sie nicht ankamen, war nichts anderes als die falsche Anbetung oder das Misstrauen Gott gegenüber. Sie beteten andere Götter an, sie beteten die Menschen, die Umstände und machten sich dann auch noch Bilder dazu, dass sie irgendwie etwas haben, wodurch sie das irgendwie versinnbilden. Die Menschen haben es nicht geschafft, obwohl sie getauft wurden, obwohl sie neu geboren würden, als sie durch das Rote Meer gingen. Es hat ihnen nichts gebracht. Der Hebräerbrief ist da so klar, so deutlich, weil er sagt, diejenigen, die Gott aus Ägypten befreit hat, und ich habe jetzt nicht die Zeit, es zu lesen, aber lest es mal nach, in den ersten drei Kapiteln des Hebräerbriefes, wo es so deutlich ist, er sagt, die, die Gott herausgeführt hat mit mächtiger Hand, zerstört er dann in der Wüste, weil sie jetzt nicht in der Realität das Leben Jesu annehmen. Das heißt, Vergebung und Rechtsprechung ist nur möglich, wenn ich befähigt werde, ein gerechtes Leben zu leben. Das heißt, dass ich aus der neuen Natur, die ich jetzt bekommen habe, die muss die alte komplett überwinden, damit ich Gott allein anbete und von ihm allein nehme, das heißt, ihm allein vertraue. Ist das nicht erzielt durch den Erlösungsplan, ist der Erlösungsplan nur unnichtig? Weil Gott wird ja auch keine Menschen in den Himmel nehmen, die immer noch wollen, nach sich selbst trachten, die ihre Mittel für sich haben wollen und nicht wissen, wie es aussieht. So am Tage des Gerichts wird was gewogen? Mein Leben oder Christi leben? Und ich stelle diese Frage sehr ernst, weil ich habe irgendwann mal einen kleinen Film gesehen, wo am Tag des Gerichts die Menschen kommen und auf eine Waage stellen und einer kommt nach dem anderen und die Waage zeigt ihnen, sie sind nicht ausreichend, so wie der König Belsazar ihm gesagt wurde, du bist gewogen und zu leicht davon worden. Und so gingen sie dann alle auf die Seite, wo die verloren sind. Und da kam einer, der hatte eine große Akte mit seinen ungerechten Taten und er kommt bis zur Waage und dann ruft er nach Jesus, der kommt und stellt sich für ihn auf die Waage. Und dann, wenn Jesus auf der Waage ist, ist jetzt er, sagt okay, dann kannst du reingehen zu den Erlösten. Und dann schreien die, die das sehen, sagen, das ist unfair. Und sie haben völlig recht. Wer wird auf der Waage gewogen? Christus oder ich? Und ich weiß, die meisten Menschen glauben, dass Christus gewogen wird. Nein, das wäre ungerecht. Es kann keiner im Gericht für mich einstehen, es sei denn, ich bin selbst. Das Gesetz der Individualität erlaubt das nicht. Also muss ich gewogen werden auf der Waage. Es wird mein gelebtes Leben gewogen. Und ich muss bis zum Tage des Gerichts das Leben Christi zu meinem Leben gemacht haben. Das ist der Lösung. Wenn Christi Leben nicht mein Leben wird, dann kann ich nie am Gerichtstag bestehen. Ja, für das, was ich getan habe, da brauche ich sein Leben. Aber er bedeckt das nur mit seinem gerechten Leben, damit ich zur selben Gerechtigkeit gelangen kann. Und wir haben es ja letztes Mal gelesen, und vielleicht lese ich es noch einmal. Aber wir vergessen das sehr schnell. Jesaja 58 Nachdem Gott gesagt hat, welches das Fasten ist, er sagt, das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängest. Reiß weg. Alle leilast. Wer ich dem Hungrigen dein Brot und die so im Elend sind, führe ins Haus, so du einen nackt siehst, so kleide ihn und dann zieh dich nicht von deinem Fleisch. Als dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Gesundheit wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Wer wird hier beschrieben? Ich oder Christus? Christus vertritt uns im Gericht für das, wofür wir nichts konnten. Und er ist die Quelle der Kraft, dass wir all das hier tun können. Und jetzt sagen manche ja, wie soll das geschehen? Nun, die Bibel sagt, durch Anbetung, durch den Glauben. Ich weiß nicht, wie ich eines Tages nie mehr eine falsche Entscheidung treffe. Ich weiß nicht, wie ich eines Tages Gott völlig vertrauen werde. Aber ich weiß es, es ist möglich. Und so gehe ich durch den Glauben. Ein Pastor sagte mir einmal, an dieser Stelle bin ich mit dir nicht einverstanden, dass wir es schaffen können, ein gerechtes Leben zu leben. habe ich ihm gesagt, ich weiß warum. Du bist ein Realist. Du schaust auf deine eigenen Möglichkeiten. Du schaust nicht, was die Fähigkeit Gottes kann, wenn du von ihm nimmst, wenn du ihm vertraust. Was das möglich kann machen aus dir. Wir haben gesehen im Leben Jesu, was es möglich war. Und dieses Leben muss auch mein und dein Leben werden. dann können wir am Tage des Gerichts bestehen. Und ich will an dem Tage bestehen. Ich möchte nicht nur um des Gerichtes willen, sondern ich möchte um der Freiheit willen, um des Elends willen, dass es ein Ende nimmt, möchte ich ein gerechtes Leben führen. Ich möchte keine lieblose Tat mehr tun. Ich möchte nichts mehr für mich nutzen. Und wir werden weiter verfolgen in den nächsten Stunden, wie Gott sich den Erlösungsplan ausgedacht hat. Wie wir Menschen tatsächlich das Unmögliche erreichen können. Sicherlich nicht durch das, was wir heute sehen können. Nicht durch das, wenn wir auf uns schauen, haben wir keine Chance. Ich habe diesem Prediger gesagt, der einzige Unterschied zwischen uns ist, du denkst und schaust auf dich. Und ich schaue nicht auf, was ich kann. Ich schaue auf das, was ich, wenn ich mich an Gott halte, wenn ich Gott anbete, tun kann und wie ich umgewandelt werden kann, dass ich tatsächlich eines Tages aus Gott alleine lebe, ihn allein anbete und diese Gerechtigkeit vor mir hergeht und der Herr, die Herrlichkeit des Herrn, das ist sein Wesen, wird mich aufnehmen und sagen, dieses ist ein gerechtes Wesen. Es kann mit mir leben und es kann in all Ewigkeit das Recht tun und es wird das Recht nicht mehr brechen. Dahin möchte ich kommen. Möchtest du ein Mensch des Glaubens sein oder eines der Realität? Die Wahl haben wir. Amen.